Freie Wähler Landtagsfraktion. Meine Zuversicht 2021. Liebe Bürgerinnen und Bürger, erste Anzeichen auf ein Eindämmen der Pandemie mehren sich. Auch hier bei uns in Bayern. Das ist natürlich sehr erfreulich. Hoffnung und Zuversicht blühen wieder etwas auf. Und das ist gut so. Es ist der Erfolg unserer aller Disziplin und Rücksichtnahme in dieser für viele belastenden Dauerschleife des Lockdowns. Hierfür danke ich Ihnen. Ihre Rücksicht zahlt sich nun durch zunehmende Zuversicht und sich andeutende Öffnungen aus. Ich freue mich sehr auf ein Entspannen dieser Situation und auf schöne Unternehmungen, die wieder möglich sein werden. Ich bin voller Vorfreude auf meine geliebten Theater- und Kinobesuche. Wieder Theaterluft schnuppern, Kultur zu erleben, auf Veranstaltungen zu gehen. Wie sehr hat es in den vergangenen Monaten gefehlt? Wie wichtig es ist, soziale Kontakte wieder live von Angesicht zu Angesicht pflegen zu können, merkt man erst, wenn man sie nicht mehr hat. Bleiben wir rücksichtsvoll und zuversichtlich. Es lohnt sich. Für alle. 1 G violently. Gandalf Box der Kirche/. Bis zum nächsten Mal. Man hat auch die Mit torn, die Du05-jekte.